Ah, Dreckswetter, Regen und so. Was mache ich denn da? Zocken? Wie jeden Tag zocken? Okay, aber was? PlayStation, da hätte ich Bock drauf. Chris hat mir doch letztes Mal das Initial D aus Japan zugeschickt. Da könnte ich auch gleich die PlayStation 2 mit Modchip und dem Electron Shepard Konverter benutzen. Jopp, da habe ich Bock drauf. Wo steht das gute Stück denn? Ah, hier ist es doch schon, in Nischel, die direkt mal mitnehmen. Jetzt noch HDMI-Konverter aus der Schublade gegriffen, Electron Shepard, so muss das sein. Playstation aufgebaut, hier nochmal das Game, Japan-Version, für die, die es noch nicht gesehen haben, CD rein und dann kann losgehen. Aber was ist das? Oh je. Was war das? Warum ist das so? Das sollte doch eigentlich funktionieren. Warte mal, ich habe doch schon US-Imports reingelegt und die haben mit der gechippten Konsole ohne Probleme funktioniert. Ich muss das mal testen. Mit dem Resident Evil 2 wird das hundertprozentig funktionieren. Auch hier nochmal NTSC-US-Fassung, Import-Spiel, also Leon S. Kennedy rein. So, jetzt aber. Hä? Nicht schon wieder. Ich halte das nicht lange aus. Ah, Moment. Ich glaube, ich habe damals einen anderen Fernseher benutzt. Der Sharp-Fernseher muss es gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, geht doch ganz schnell hier Strom ran, HDMI-Kabel ran. Jetzt muss das aber klappen. Oh nein, bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Was ist das Problem? Denk nach, Junge. Denk nach. Das ist wirklich zum. In dem Video PS2 Softmod oder Hardmod, der Vergleich, habe ich gezeigt, dass man mit einem Mod-Chip seine Konsole regionsfrei machen kann und dadurch PS1 und PS2-Import-Spiele aus den USA oder Japan abspielen kann. Es wurde aber nicht im Detail erklärt, dass gerade bei den PS1-Spielen das Endgerät, also der Fernseher, eine wichtige Rolle spielt. Nur weil die Konsole Imports abspielen kann, heißt das noch lange nicht, dass euer Fernseher damit einverstanden ist. Nehmen wir als Import-Spiel nochmal Resident Evil 2 in der NTSC-Version und den Electron Shepard HDMI-Konverter zur Hand, den ihr euch übrigens selber zusammenbauen könnt. Mit einer Auflösung von 576i und 50 Hertz bzw. um genau zu sein, 263p und 59,41 Hertz kommt nicht jeder Fernseher zurecht und es kann zu Bildproblemen führen in Form von Bildsprüngen. Die Auflösung nach dem Playstation-Logo wird von meinem Sharp-Fernseher einfach nicht supportet und auch wenn der Electron Shepard sein Bestes versucht und die eingehende Auflösung mit ungerader Bildfrequenz an den Sharp weitergibt, kann dieser nur schwer was damit anfangen und wirft ein rollendes Bild aus. Das hat auch nichts mit den Einstellungen im Mod-Chip selbst zu tun. Man kann zwar von Color auf NTSC umstellen, dann hört zwar das Menü auf zu rollen, aber das Spiel lässt sich davon nicht beeindrucken und rollt sich weiter einen ab. Abgetestet habe ich das in jedem Modus und nur mit der NTSC oder der PAL60 habe ich ein statisches Bild im Mod-Chip-Menü. VGA habe ich nicht getestet, da ich davon ausgehe, dass die wenigsten ein VGA-Gerät verwenden. Außerdem wird beim Umstellen auf VGA extra eine Warnmeldung rausgegeben und man wird darauf aufmerksam gemacht, dass man einen Adapter und einen VGA-Monitor braucht. Also seid hier bitte vorsichtig. Falls ihr doch draufgeklickt habt, dann könnt ihr die Einstellung noch abbrechen, indem ihr jeden Knopf auf dem Controller drückt bis auf Kreis. Habt ihr die Einstellung doch vorgenommen, aber kein Adapter und VGA-Monitor, müsst ihr wieder in das Modbo-Menü und die Umstellung blind vornehmen. Mein Tipp, startet die Konsole, haltet sofort Dreieck und Kreis für 5 Sekunden gedrückt, danach drückt ihr 4xx, einmal runter und nochmal x. Drückt danach Start zum Speichern und startet die Konsole neu. Ihr solltet die Einstellungen jetzt wieder auf NTSC haben und den Y-Screen-Fix auf automatisch. Die Idee vom Konverter zurück zum Komponentenkabel zu gehen, führt leider nicht wirklich zum Ziel. In meinem Fall war es sogar noch schlimmer. Der Sharp hat nicht mal mehr das Menü vom Modbo angezeigt und selbst das rollende Bild vom Spiel verstummt mit einem Nicht-Unterstützt-Zeichen. Ganz egal, welche Einstellungen ich im Modbo-Menü verwendet habe. Den Sharp kann ich an der Stelle mit meinem aktuellen Setup einfach vergessen, zumindest wenn es um Playstation 1 Import-Spiele geht. Auch mein Samsung QLED bereitet Probleme, wie man es vorher schon sehen konnte. Zwar funktioniert das Menü vom Modbo in Kombination mit dem Electron Shepard HDMI-Konverter, aber das Bild rollt und rollt immer weiter, egal welche Einstellungen man vornimmt. Komponentenanschluss gibt es an der Glotze nicht, also fällt diese Option schon mal weg. Aber es muss doch eine Lösung geben. Etwas, was mit der Auflösung zurechtkommt. Etwas, mit dem man Playstation 1 Imports spielen kann. Natürlich, die gibt es. Drei davon werde ich euch jetzt vorstellen. Zum Ersten wäre da kurz und knapp der klassische Weg, die Verwendung eines RGB-Kabels an einem Endgerät mit SCART-Anschluss. Eine Methode, die der neuen Generation vielleicht nicht mehr so geläufig ist. Benutzen kann man jede Art von RGB-Kabel, also es muss jetzt kein teures Kabel sein, so wie meins hier von Retro Gaming Cable, aber um eine gute Qualität zu erhalten, sollte man auch nicht zu sehr sparen. Da mein Samsung-Gerät auch kein SCART mehr unterstützt, greife ich wieder zum Sharp. Hier sollten aber auch andere Marken mit SCART-Anschluss tadellos funktionieren. Jetzt noch in die Einstellungen der Playstation 2 und von Komponenten auf RGB umstellen. Nun sollte man wirklich ohne Probleme in das Modbo-Menü kommen und auch das rollende Bild sollte nicht mehr auftreten. Praktisch die einfachste und günstigste Methode, Playstation 1 Import-Spiele in guter Qualität zu zocken. Eine andere Methode, die wesentlich teurer ist, wer hätte es gedacht, ist die Verwendung eines Upscalers, zum Beispiel der OSSC. Ja, meine Lieben, dafür baut man sich dann extra einen HDMI-Konverter, um dann doch wieder auf den OSSC umzusteigen. Zumindest bei PS1 Imports. PAL-Spiele sind ja generell nicht davon betroffen und auch PS2 Imports laufen mit dem Electron Shepard Converter ohne Probleme. Jetzt ist es auch egal, welches Endgerät ihr verwendet, zumindest hat es bei meinen immer und überall funktioniert. Ihr geht mit Komponentenanschluss in den OSSC rein und mit dem HDMI-Ausgang in die Glotze. Problem gelöst. Ausprobiert habe ich das aber nur mit dem OSSC. Andere gleichwertige Upscaler wie der Framemeister oder Recruiting 5X Pro sollten eigentlich genauso gut funktionieren, wie es mit anderen günstigen Upscalern ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Das würde einfach das Video komplett sprengen. Die dritte Möglichkeit wäre, original Hardware zu benutzen, sprich eine Playstation 1. Für die meisten Alteingesessenen mit Sicherheit der bestmögliche Weg für ein absolut perfektes Spielerlebnis. Vorzugsweise mit einer gechippten US-Konsole. Für die extremen Nerds kann es aber auch eine japanische Konsole sein, dann aber bitte mit Mayumi V4 Mod-Chip und dem Custom NTS-C BIOS. Bei diesen Konsolen ist es dann auch egal, welche Version von einem Spiel ihr in der Hand haltet. Abspielen kann man PAL-Versionen, genauso wie US-NTSC-Versionen und natürlich auch japanische Versionen. Angeschlossen wird auch hier wieder mit einem RGB-Kabel und einem Fernseher mit SCART-Anschluss oder über einen Upscaler, der auf HDMI umwandelt. Spielt man eine PAL-Version, hat man den Nachteil, dass dieses wirklich nur in 50 Hertz ausgestrahlt wird. Da macht es auch keinen Unterschied, ob ihr die PlayStation 2 mit Mod-Chip benutzt und 60 Hertz erzwingen wollt. In den meisten Fällen laufen PAL-Spiele halt einfach nur mit 50 Hertz. Und ich sage in den meisten Fällen, da ich nicht jedes Spiel kenne und ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es nicht doch deutsche Spiele im PAL-Format gab, die 60 Hertz unterstützt haben. Bei Importspielen wie den USA-Kanada-NTSC-Versionen ist das natürlich nicht der Fall. Hier spielt ihr die Spiele mit gepflegten 60 Hertz. Ist ja auch einer der Hauptgründe, warum die Importspiele so gefragt bei uns sind. Die deutsche Sprache kommt leider meistens zu kurz, aber für viele ist das kein Problem, auch wenn ich persönlich RPGs lieber auf Deutsch spiele. Und auch bei der japanischen NTSC-Version sind die 60 Hertz Standard. Gewisse Titel können von der PAL- und US-Version abweichen, aber wenn es um die Bildfrequenz geht, dann gibt es zwischen US-NTSC und Japan-NTSC kein Unterschied. Nur bei der PAL-Version. Die Sprache ist leider das, was die Spiele am häufigsten unspielbar macht, aber viele Spiele kommen ja auch mit englischem Untertitel. Und bevor die Frage aufkommt, ob unsere deutsche PlayStation 1 Import-Spiele in 60 Hertz abspielen kann, ist die Antwort Nein. Nicht ohne weiteres. Die Hardware ist generell dafür ausgelegt, aber die Konsole ist vom Werk aus nicht regionsfrei. Daher muss ein Mod-Chip eingebaut werden. Zumindest ist das eine Methode, die Konsole regionsfrei zu bekommen, um Importspiele in 60 Hertz zu genießen. PAL-Versionen spielen auch hier nur in 50 Hertz ab. Die US-NTSC-Version als auch die japanische NTSC-Version spielen beide in 60 Hertz ab. Auf andere Methoden möchte ich in dem Video bewusst nicht eingehen. Immerhin geht es ja eigentlich um die PlayStation 2 und nicht um die PlayStation 1. Außerdem sorgt es bei zu viel Informationen, vielleicht zu Verwirrungen und das möchte ich vermeiden. Die Aussage, einen Mod-Chip zu benutzen, ist ja auch schon fast so alt wie die Konsole selber. Und da wir hier zwei Konsolen mit Mod-Chip haben, bietet sich der Vergleich einfach am besten an. Boah, endlich! Endlich zocken! Aber was ist das denn? Das sind doch nur 50 Hertz und keine 60. Die Importspiele laufen doch mit 60 Hertz. Das bekommen wir auch noch hin, keine Sorge. Es ist ja kein Geheimnis, dass unsere EU-Version der PlayStation 2 60 Hertz unterstützt. Aber kennen tun wir das ja eigentlich nur von PlayStation 2-Spielen. Nehmen wir mal Resident Evil Outbreak File 1. Hier hat man die Option, vor dem Spielen auf 60 Hertz umzustellen. Und wie ihr eben gesehen habt, war das ja nicht immer der Fall. Aber dann endlich mit der sechsten Konsolengeneration, auch hier bei uns in Deutschland, endlich die 60 Hertz. Bei PlayStation 1-Spielen kommt der Mod-Chip wieder zum Vorschein. Habt ihr warum auch immer nur 50 Hertz, dann stellt im Menü auf NTSC um. Mit dieser Einstellung erzwingt ihr die 60 Hertz. Aber auch hier muss es natürlich ein US- oder japanisches Importspiel sein und keine PAL-Version. Der Mod-Chip übernimmt die Kontrolle und knallt alles, was er kann, mit 60 Hertz in die Glotze. Der Teufel steckt hier einfach im Detail. Es wird die ganze Zeit von 50 und 60 Hertz geredet. Dabei sehen die richtigen Zahlen ganz anders aus, die uns der OSSC zeigen kann. Hier ist das PS2-Menü und die Auflösung inklusive der Hertz. 625i bei glatten 50 Hertz. Lege ich nun ein Importspiel rein, landen wir bei 263p mit 59,41 Hertz. Bei der PS1-PAL-Konsole haben wir im Menü auch wieder 625i und saubere 50 Hertz. Mit dem Importspiel kommen wir sogar nur auf 263p mit 59,27 Hertz. Die PS1-NTSC-Konsole hat im Menü eine Auflösung von 525i mit 59,94 Hertz. Knall ich das Importspiel rein, bekommen wir 263p mit 59,82 Hertz. Eigentlich kaum der Redewert, aber unter den Voraussetzungen und genau weil die Zahlen bei der PS1-PAL und der PS2 so klein hinter dem Komma sind, wenn man ein Importspiel reinlegt, kann es zu drastischen Problemen kommen. Somit ist die PS1-NTSC-Konsole, egal ob US- oder Japan-Version, der einzig wahre Gewinner und liefert theoretisch korrekte 60 Hertz aus. Ich denke, dass jetzt jeder in der Lage ist, PS1-Imports auf seiner gechippten PlayStation 2 zu spielen. Mag sein, dass es auch andere Methoden gibt, aber hier habt ihr schon mal eine einsteigerfreundliche und Konsolen mit Modchip sind ja auch nicht wirklich schwer zu bekommen. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure PlayStation 1-Imports zockt. Jetzt aber PS1-Imports zocken, bis der Arzt kommt. Und wer dankt es dir? Keiner. War ja wieder mal klar. Alle schauen sich das Video an, aber den Kanal supporten würde keiner freiwillig. Wäre schön, wenn sich das mal ändern würde. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und macht die Glocke an, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schaut öfter mal vorbei und sagt Hallo. Darüber würden wir uns freuen. Ach so, und Discord haben wir natürlich auch. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.